Hallo! Hier bin ich wieder als Second Impact mit Seven Days Datei Alpha 18 3 und in meinem Cozy Place. Wir sind jetzt fast durch die Nacht durch. Lol, ja. Wir sind jetzt fast durch die Nacht durch und sind zu meiner Kiste gelaufen. Außenlager, sag ich jetzt einmal. Ich werde mich da jetzt eventuell diese zwölf Minuten abwarten, weil ich mir überlege, wo ich als nächstes hingehe. Was ich ja vorher schon einmal machen kann, ich kann mir den Flostersteiner abwarten. Rezepte, Sternplattenblock. Werde ich frage dann für mich mal. Base nachher dann. Ich schlück die Base wieder irgendwo da mitten drinnen. Ich kann schön flocken. Stickel. Sei. Solange es Tod gibt, bin ich happy. Ja, das... Tod gibt es hier einiges. Solange es nicht ich bin, ist alles gut. Den Chat braucht auch keiner. So. Mach's gleich. Das Klavier spielt sich gleich einen. Das Klavier spielt sich gleich einen. Vielleicht lasse ich die, die habe mir einfach eine Begrüßung weggemacht. Hallo, heiße ich. Die Viecher rennen da nicht weg von mir. Das ist der zweite Haus, den ich schon einmal auf die Mühe gegeben habe. Weil ich einfach neben ihm gestanden bin. Ich bin durstig. Das ist toll. So. Dann trinken wir was. Hoffentlich bleibt das auch alles in mir. So. Dann. Ich bin jetzt untertags. Das heißt, die sollten alle wieder stinknormal laufen. So. Gehen. Nicht laufen, sondern gehen. Ja genau. Die sind eigentlich so selbstmünderisch. Nein. Nein. Gibst du. Teorsal sterben. Gibt's. Jetzt hat er die Schmerzen. Jetzt hat er mich. Gott. Der Gegenstand muss repariert werden. Ja, aber ich habe aktuell keine Repair-Kids. Da drin gibt's Ripperl. Smoked Rips. Schon meine, oder? Vielleicht gibt's irgendwas zum Essen. Vielleicht gibt's irgendwelche Rezepte, die wir brauchen können. Sehr nett. Draußen ist zumindest Amerikaner. Die Schatzkarte wäre noch etwas schön. Irgendwas lesen wir da auch. Ja. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ein bisschen weiter weg könnten sie noch sehen. Ich meine, ich komme vielleicht noch den ganzen Tag zu. Nein, komm her. Jupp, tot. Ja. Ah, Lockpicks. Ich brauche Lockpicks. Viele, viele Lockpicks. Je mehr, desto besser. Ich will hoffen. Es geht dabei. Alter, ist leider so langsam dieser Sledgehammer. Jetzt nicht so langsam dieser Sand. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe Angst, ich weiß nicht. Ich habe Angst, ich weiß nicht, wenn ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich kann es nicht. Es ist ein Nuller. Ja. Immer mit dem Steilz mit dem Cannon Hammer. Schauen wir, was es da alles gibt. Leere Dosen. Eine Grill. Kaffee. Oh, ist das schade? Wenn der Kaffee leise ist, ist das schade. Was ist da? Dann auch. Okay. Was ist leer? Wahrscheinlich dauern wir uns hier. Die Lootbox aber zuerst machen wir da dringend einfach weiter. Irgendwo was drin noch was. Ja. Oh, noch zwei Jucker. Sehr fein. Ich hatte recht. Jucker Juice ist super. Was ist da drin? Und ich hatte recht. Keine Pistole in der Toilette. Kosten. Up and run. Liegt einer. Entfahren wir. Aufpassen, dass wir nicht dringend sein. Geht keiner. Auswegen haben wir nicht genug. Ausdauer. Ja. Ja. Das muss ich nicht aufsperren. Eine Arbeiterkiste. Stahlwerkzeugteile. Eine Pistole. Ein Essenhelm. Das ist sehr schön. Das sehen wir gleich mal an. Dann. So machen. Da geht es schon viel angenehmer. Weinschienen. Neue die Eisernen. Sehr gut. Das ist das nächste PY oder? Das Häuschen. Was drin ist wir brauchen? Können wir mal schauen. Letzter Brief. Berührter Griller. Sehr fein. Ich habe mich oft auch gerne. Ich muss noch irgendwas zum Essen da drin. Gehungsinn. Bereits ein Reifen. Sehr gut. Oh. Bewerf der Tag ist selten cool. Sehr selten. Sehr selten. Auf die andere Seite. Schaut aus, wenn das ein interessantes PY ist. Ich werde jetzt nicht mehr an dem Things Fen. Ich habe mir spiel. Ich habe mir nicht mehr. Ich habe noch lange amn substraten. Ich kann mich an denтерgern. Ich habe einen Arm kaputt. Ich habe auch in der Entdeckung. Ja. Jetzt habe ich mir einen Armatz aufgelöser gemacht. Ich habe mir einen Armatz in der Hand. Wenn man hier reinmacht ist. Ölf ist super! Dafür den Fall, dass... Oh, jetzt ein Hund entgegenkommt. Ich bin schon klar, weil es da langsam vier ist. Was da auf mich zukommen wird. Hört's gut aus. Das ist ein Drop in der Framerate. Hier? Wie ist's? Seid ihr mir da sicher nix an, damit ein Hund... Mann, hallo! Man kann's auch übertreiben, natürlich. Vielleicht noch ausräumen, Auslandsüge vorher. Komm, mach's drauf. Da kann's los, definitiv... Ah, da geht's super! Interessants drinnen. Noch ein Messer. Noch ein Knife. Da. Noch ein Messer. Mache ich wegen den Rotten Flesh. Das brauche ich dann später für die... Ähm... Bitte. Ähm... Bitte. Dein Flux, es ist auf ein Schild, der ist bei der astronomen Ruf. Dein Geist. Er muss aber da gehen. Öhm... ... Er... ... Dann machen wir mal schnell zu, denn ich brauche jetzt kein Miet von mir, ich werde in der Looter-Runde, ich werde so entkambert, es könnte Munition geben, Munition heißt, ich kann es ein bisschen einfacher machen, ach ja, Kältewiderstand, nice, gehen wir den auszunehmen, Federn mit, habe ich Steiner mit, habe ich Holz mit, perfekt. Ein Pfeilchen. Der Schnellweg, machen wir auf Assets, sehr gut, dieser Pfeil und Bogen ist schon mal tausendmal besser, aus wie der, der vorher da war. Da kann ich, der Schie ist viel genauer, wenn ich immer Repair-Kits brauche. Halteisenbeinschienen, so, ich kann nichts mehr mitnehmen, toll. Ich lasse dich. Interessanter ist einfach nur ein Holzding, ein Holzding, gut. Dann Koffer. Purified Mineral Water. Dann langsam nach oben durchkämpfen, hätte ich gemeint. Ich bin jetzt leider ganz vorsichtig. Genau deshalb. Ja, viel einfacher nehme ich mir das auch. Irgendwo genau was gehört. Ich werde das Ding schnarchen. Wo? In die Küche? Nein. Nein. Das ist auch ein ganzes Spiel. Ja, das ist auch ein ganzes Spiel. Ich muss das nicht mehr sehen. Schmeckt euch das nicht mehr? Fine. Und jetzt wo ich die Kluge habe. Und jetzt dann kann ich nicht mehr... Wände machen. Den können wir auch noch vielleicht wo einsetzen. Ein bisschen am Platz. Gerückt. Unglaublich, oder? Durchgeladen. Und was auch rum. Schleichen. Das ist ja nicht der Weg ist, sonst an und für sich. So ein Kitz, sehr wichtig. So ein Kitz. So ein Kitz. Kann ich nicht. So ein Kitz. 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 Genau. Woe, man war für Rocky Balboa, da. Man hat nichts, Herr Ringthal. Wettt. Wettt. Ja, das machen wir noch. Zweiter Stock. Ja, da da. Da bin ich da. Nope. Ja. Jetzt erlangen wir da ja mal. Wir haben nicht viel über Dringos. Pfiffen wir nicht? Sieht nicht unbedingt weiter. Okay, gut. Bessere Wrench und Skäuten. Zwar biecheln sogar. Oh yeah. Klebein. Jetzt nieder. Ohne. Bam. Super geht's. Zwei mal, dreimal da geht's dann weiter. Ah, machen wir's auf alles. Kann man zuerst einmal alles holen. Wenn dann nicht. Ich weiß ja nix mehr, ist schon der Lootrum da. Dann können wir aussortieren gehen gescheit und so. Also. Ja, genau. Dootrum. Das ist Munition. Ich brauche für das irgendwas nicht. So. Erfahrungen. Also. Guesser ist alles. Wir beginnen mit dir. Wahrscheinlich. Ja, das ist draußen jetzt. Oh ja. Kann man nicht? Kann ein Knüppeln angebracht werden. Da lädt ich mir eine. Dann modifizieren wir meinen Knüppel da. Dass mit den Knüppeln den Kopf dort entsteht. Wer sieht denn, dass in diesen Knüppel HAST könnte? Ich wusste, warum ich das schon mal packen kann. Das ist es selbst als ein Krä Mitchell des Taqu departments. Mit viel merken! Nee, natürlich. Wenn ich damit��. hätte man schon gern geholpen jetzt haben sie die Schembe Kisten einfach so versteckt Getränke Dings Leeres Gras Käser Wasser Nitrat Dosen oder auch Altmetall Siegel der Arbeiterkiste Ich hoffe dass das Repairs drinnen sind Einige Weg 1 Gut Das ist nicht so schlimm Das ist nicht so schlimm Den reparieren Dann machen wir D zu Eisen Das ist nicht so schlimm Die Faust hoffen Sie haben mir jetzt ein unheimlich gut geholfen Ich bin im Schutze deiner Dunkelheit mehr Schaden zu finden Nachts bei Schleichung griffen 10% mehr Schaden Nice, lernen den Schläger richtig zu pflegen und die lange halten bleiben. Langsamer abnutzen, eine Stoffsehne. Also so, dann modify, da haben wir natürlich die Kunststoffsehne, 25, 25. Schussgeschwindigkeit. Ich glaube, ich habe ja schon einen Kochgrill. Rufen wir ihn jetzt einmal. Oh ja, eine neue Feueraxe. Saddam. Ich kann mich nicht proben. Saddam. Schauen wir das jetzt. Und dann. Abschließen. Abschließen. Die kommt da rein. Die kommt zum alten Altmetall. Ich brauche das wirklich. Definitiv. Da gibt es eigentlich auch keine Kohle her. Die ganzen Level Ansachen geben eh fast keine Kohle her. Ich bin eigentlich ohne großartig schlechten Gewissen hergegangen. So ganz so gut. Mal so. Eliminieren. Die war jetzt wirklich. Ich habe schon wieder auf das Video? clips. Und da hübschließen. So Komm 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 Lauf, lauf, lauf Nun ist der Beatles für mich Geht nicht gut da hin Uhaha Wo kommst du rein, du kommst rein, du kommst rein Blei, Räder, Kohlenhydrat, Kaffee Werkzeug Voll, gut Können wir sonst noch eine haben Das kann ich Jedenfalls, das geht sich aus Die 9mm Munition Ah, hab ich bis jetzt mitgehabt so Paschen wir ein paar aus Den Habe ich Schuhe Okay Ölwasser, Bier habe ich Plasterstein habe, nice Leder habe ich drinnen Das habe ich schon Das habe ich noch nicht 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 Aber ich Schuhe Nein, ich habe noch keine Schuhe Nein, gut Braucht noch eine Trübe Oh, da ist er da Acht Ok, sehr schön Ist du rein, du rein? Ach, du nicht Das ist auch mit Knochen Und zum Beispiel wahrscheinlich da Eisen Aber jetzt ziemlich sicher da Fleisch Verrotendes Fleisch Knochen Ich lasse das Wasser, dann nehme ich die Schuße mit. So, dann haben wir es noch Pigglwigs. Danke lieber Schubudel, dass ich das in den Kofa war. Danke, danke, Frank. Schau mal zu, sonst haben wir mal einer da, aber ich brauche ihn nicht mehr. Gibt es noch etwas, das will mir alles mitgeholen, wer weiß, für was ich es brauche. So, und dann ist diese Folge eigentlich auch schon fertig. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bye bye. Danke.